Oh, irgendwo wird was zerlegt. Ich höre es scheppern. Ein Gunpowder. Nein. Und man kann aufs Dach. Jetzt können wir uns aufs Dach stellen und mit einem Snipergewehr runterschießen. Wo kommen die Geräusche her? Polizist. Jetzt kann ich mal testen, ob das hinhaut mit dem... Jep. Sauber. Ah, Shotgun-Shades. Leider habe ich noch keine Sniper-Munition mehr. Mir Sniper-Munition. Und so kann ich jetzt immer, also wenn sie einigermaßen gut stehen und ich mich nicht bewegen muss, Polizisten aus Entfernung killen und ein bisschen was an Munition bekommen. Vielleicht sogar Waffenteile. Je nachdem, was ich noch so dabei haben können. Bleib da. Auf dem Dach war sonst nichts, ne? Ne. Vogelnester. Ich kann's nicht lassen. Aber die braucht man halt durchgehend. Also am Anfang des Spiels auf jeden Fall, um die ersten Zombies überhaupt zu töten. Aber auch später ist es ein schöner Munitionsersatz. Und 6 Uhr. Okay. Wir markieren... Joyce. Als ge-x'd. Und Tapon jetzt, nachdem alles wieder reingeworfen wurde... Einmal durch die... Na, dich nicht. Einmal durch die Stadt. Tee kann hier bleiben, der ist eh zu kühlend. So. Licht aus. Oh, genau. Ich wollte zu dem großen Gebäude mit dem Turm. Radiator, 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 Radiator... Ne. Battery. Oh, diese Duhren lang. Okay. Beignoriert. Hier wird auch nichts ge-x'd. Die Häuser wird mir nicht anguckt. Wir hätten hier eine Tankstelle. Also noch mehr Autos und zapfbares Zeug. Nix. Ah. Das ist... Ah, das ist so ein alter Türknopf. Genau die meinte ich vor kurzem. Das ganze Leder kann ich theoretisch wieder verskellen für Lederschuhe. Ich glaube, der baut dann... Oh, da. Radiator und Batterie in einem Satz. Das heißt, in der Phase... Also in... Warte. Das ist die höchste Phase. Das ist die zweite Phase. Und in der Phase können sowohl Radiator als auch die Batterien droppen. Das heißt, eigentlich könnte ich dann immer sofort aufhören. Aber... Tja. Warum sieht das Ding so komisch aus? Strömt gerade irgendwo Gas aus? Warum sieht das Ding so komisch aus? Nee. Passiert nix. Oh. Und? Schöner Treffer. Na, da links will auch noch irgendjemand rein. Aber ich habe keine Lust zu spielen. Nö, 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 nö. Wir haben nur noch einen Tag Zeit, bis die Horde kommt. Da würde ich mich nach coolem Zeug umsehen. Wie zum Beispiel dem Laden da. Oh, da ist wieder ein Polizist. Kriege ich das wieder hin? Oh. Nein, kriege ich nicht. Wobei, warte. Ich muss... Nö, nö, nö. Da ist noch ein Polizist. Okay. Ich werde nicht um... Oh, eine Bank. Bank müsste ganz viel Papiergeld haben. Richtig. Kann ich da auch Schrottflit-Munition machen? Kein bisschen dicker denn. Archery 21. Schön. Ich hätte allerdings ganz gerne erstmal die... Mann, ist der Hund? Hatten wir die Hunde heute nicht gerade erst? Da kommt der Polizist. Ähm. Du musst noch weg. Was ist denn das für ein komisches Zombie-Zischen? Oh. Oh. Für wieder einen Hund. Lass mich raten. Geh hinter. Du warst das für ein komisches Zombie-Zischen. Ich baue ein paar Bombs. So. Hier kommst du nicht von hinten hin. Oh. Ja. 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 Nein, nein, nein. Ah doch. Ist er tot? Ja. Jetzt müsst ihr nur noch runterkommen, ohne Schaden zu nehmen. Hallo Hund. Ich habe überlegt, aufs Auto zu springen. Weiß ja nicht. Oh, warte mal. Hier könnte ich vielleicht... Ja. Was ist der Hund? Da hinten ist der nächste Polizist. Aber ich habe nicht... Ja doch, können hinhauen. Näh. Der Winkel ist doof. Okay, versuch. Und wow. Go, 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 go. Donk. So, da kommen die alle. Die sind mir erst mal egal. Ich will eigentlich mal gucken, was meine Beute ist. Kein Hund? Kein Hund? Kein Hund? Okay. Also eine Sword of Shotgun, ein bisschen was an Munition. Vor allem neue Sniper-Munition. Und da kommt der Hund. Hallo, Babao. Es ist immer super, dass du... Au. Ganz gerade auch mir zuläufst. Gerade, habe ich gesagt. Nicht, nicht so. Ne? Nein. Aus. Auf, hört ihr mir zu, ihr doofen Hund. Gut. Neun Uhr. Ich spiele schon seit drei Stunden mit dieser kleinen Horde hier. Wobei es nicht mehr eine Horde ist. Auch keine Mini-Horde. Es sind einfach nur die Einwohner der Stadt. Das ist Standard-Spawn. Solange ich nicht allzu viel Munition verbrauche, ist das okay. Gibt das G. Gut. Sogar diese Polizisten. Da würde ich sogar Plus machen, wenn ich mit der Magnum drauf schieße. Also halb. Da ist wieder einer. Okay. Den versuche ich jetzt zu verwischen. Das war die. Was? Okay. Zwei Sachen. Erstmal ist da irgendwas explodiert. Ich habe keine Ahnung warum. Und da oben ist noch was zum Looten. Oh. Zwei Polizisten. Okay. Lass erstmal besser einen Winkel. Ich will jetzt sehr schräg auf mich zukommen, sondern gerade. So. Oh. Das ist schade gewesen. Du bist mir zu nah dran. Tod. Ich denke mal ja. Oh. Ja. Wie nennt sich sowas? Tunnelblick. Nicht gut bei Zombie-Horden. Die kleine Zombie-Horden sind. Und so. Hast du es bald mal. Okay. Zeit für... Ein Neppek. Dass die dabei ist. Warte. Die Kiste ist da. Gut. Sollen wir das machen, wie das ja alles wuselt? Okay. Warte. Okay. So. Nein. Na. Also es ist eine Kunst. Die ich noch nicht gemeistert habe. Das erste Mal war ein Glückstreffer. Das und oder. Ich bräuchte eine bessere Waffe. Ja. Hier ist irgendwas in die Luft gegangen. Oh. Oh. Da ist meine Kiste. Hallo. Kiste. Du bekommst das und das und das. Das hier alles auch. Und dann lasse ich die Zombies ja ein Zombie sein. Und gehe zurück zu dem Geschäft, das ich gesehen habe. Also nicht die Tankstelle hier, sondern da hinten war einmal ein Essensgeschäft. Und also Essen ist ja, geht so. Die richtig guten Sachen sind ziemlich selten. Die dann zwei Wellness bringen oder was das ist. Aber ich schaue trotzdem mal rein. Was haben wir hier? Pass Gas ist nochmal eine Tankstelle. Ja. Das ist eine zweite Tankstelle. Ich glaube, wir sind in Boston gelandet. Lange wird das Werkzeug aber auch nicht mehr mitmachen. Und kein bisschen verstörend, wenn ein Gewitterplätze anfängt. Also da ist die Bank. Da ist Shemway Food. Da will ich rein. Für das richtig gute Essen, wenn wir Glück haben. Oder halt Papier. Iron Boots, 350er Qualität. Das ist nett. Scrap. 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 Da hinten ist meine alte Basis. Aus der letzten Staffel. 1 zu 1 kopiert. Schick. Ja, blitzst du bist immer noch da. Ist okay. Hier. Da. Papier nehme ich mit. Oh, das waren gerade die Schuhe. Iron Gloves gemerkt. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Sauber, sauber. Dann müssten wir dich damit. Na, aha. Das war falsch. Richtig. In der letzten Sekunde fiel es mir auf. Warte mal, wenn das Symbol schon drauf ist, dann... Genau, so muss man draufhacken. Das ist ein neues Zombie-Geräusch, was ich gerade höre. Das könnte ein Feral sein. Aber die sollten eigentlich... ...nicht kommen. Oder gibt es irgendwie ein Special Event bei Gewitter. Dass sie da auch rauskommen können. Ich schaue gleich mal. Also hier kam das hier. Hallo? Ja, sind wir dabei. Ne, jetzt sind die... Uh. Genau, die sind das. Na, drei Magnum-Schüsse reichen auch für den Polizisten. Schon wäre eine... ...Shutgun. Ich denke, so kommt man wesentlich schneller und einfacher an eine Shutgun ran. Man muss es nur... ...irgendwie wuppen, ihm schnell genug Schaden zu machen. Oder ihn halt jedes Mal unterbrechen, bevor er... ...sich sprengt. Zu zweit wäre das bestimmt auch gut machbar. Oh, hallo Hund. Ich sehe dich hier erstürmen. Geh weg. Da waren es nur noch 84 Fäule. Und genau deswegen... ...sagen wir nicht meine Fehler, nein. Also, dann jetzt... Boah. Kann ich nicht mal nach oben hier mein Essen binden. Komm her. Ne. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, raus, 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 raus. Oh, hallo. Könntest du bitte? Danke. Also, das nicht. Da ist die Tankstelle. Da ist die Bank. Da ist die alte Basis. Zumindest das Grundgerüst davon. Und ja, es scheint ein Glockenturm gewesen zu sein. Aber es sieht nicht wirklich in einer Schule aus. Vielleicht eher ein Rathaus. Mach mal. Rathaus hat hoffentlich auch viel Papier. Jupp, Schreibtische sind schon mal gut. Munitionen im Rathaus. Würde ich mir langsam ein bisschen Gedanken machen. Wird ziemlich viel. Also, ne. Keine Beamten anschnauzen. Könnten wir einen schlechten Tag haben und die Schatten rausholen. Also, allgemein sollte man es auch nicht unbedingt tun. Die Pause ist rechtfertigt. Ne, ich glaube, hier unten bin ich durch. Eine Etage hoch. Und nochmal die Handschuhe. Ich finde die 40 Tage lang nicht und den gleich zwei hintereinander. Das ist der Random Number Generator. Wie er leibt und lebt. Fertig. Fertig. Mit einem gekonnten Spung aus dem Fenster. Suche ich jetzt ein nächstes Lungs. Warum ist die Fensterfront bei der Bank so zerstört? Also, das ist nicht so gespawnt. Ich habe ja vorhin hier schon hingeguckt, da war alles noch in Ordnung. Das ist genauso wie die Explosion vorhin. Das ist fast so, als wenn irgendein Zombie hier mit roten Fässern durch die Gegend läuft. Was übrigens ein sehr cooler Zombie wäre. Könnten Sie ruhig reinpatchen. Oh. Ja. Wie man aus anderen Gangsterfilmen kennt. Der Tresor ist tierisch schwer zu knacken und meterdick. Und daneben ist nur so eine frisselige Wand, wo man einfach... Oh. Oh. Dich müsste ich vordüben. Verhinderst meinen Einbruch. Hab dich. Gut. Auf weg. Da ist noch... Oh. Sehr schön. Ja, macht Sinn, dass so viele Saves... Noch eine. So viele Saves in der Bank sind. Bist du der Fassleger? Weg mit dir. Schimp, 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 schimp. Komm, ich helfe dir. Sogar dafür haben sie eine neue Animation gemacht. Für den Nussschuss. Kommt man sich... Wow. Wow. Ähm. Ja, warte. Es ist sehr verlockend. Aber ich sollte mich vorher irgendwie sichern. Das heißt, ich bräuchte ein bisschen Holz. Aber es wird dauern, die ganzen Saves zu knacken. Und ich hab keinen Bock, mich da jedes Mal umdrehen zu müssen. Das heißt, ich setze jetzt ein paar Wootenframes hin. Mit etwas Glück sind die Zombies zu blöd. Und hau gegen die Savetür. Dann. Dann. Wenn nicht, muss ich mich gleich hier durchschlagen. Und ich denke, das mache ich kurz um Zeitraffer und melde mich gleich wieder, wenn ich alle aufgeschlagen, aber noch nicht geliebt habe. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017